Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, täglich zockt das Moments hier, heuteeeee! Luigi's Mansion, Leute, das ist so weit vorausgenommen, ich weiß gar nicht mal wann ich es sehen werde, oder ob es noch dieses Jahr sehen werde, also ich meine, 2019. Ähm, das da hinten sieht aus wie ein Hogwarts, ne? Diese, diese Dinger. Das haben wir voll von Hogwarts dargenommen, ne? Die Scheißhaus-Gang. Wo bin ich? Wo bin ich? Warte, krass. Das war ein Match bei mir. So Leute, Fahrstuhl fahren dort in diesem Spiel ungefähr einen Weltkrieg lang. Oh, er hat noch mal angefangen. Nein? Ja. Let's go. Ich muss nur die Frage, welche Tür hat er gerade aufgemacht? Ey, ist wie ein Outlast. Du stirbst jetzt permanent. Oh, wie räudig. Jetzt lauf weiter. Ah, Marius kann nicht mitspielen. Jetzt kann ich kommen. Alter, das ist unheimlich. Ey, guck mal. Ja. Die Musik noch dazu. Ja, ich höre leider nichts. Oh, Jürgen! Ah! Ah! Ich saug dir alle ein. Ich hab dir alle ein gesaugt. Ich hab sie geschockt. Sind wir hier oben auch spinnen? Ja, das sehe ich. Ich kann nicht hochkommen, warte. Nein. In Ruhe. Manni, Manni, Manni. Was ist ein Bug, ne? Da ist überhaupt keine Tür. Ah, hier ist es leider ein. Das könnte sein, dass es hier der Eingang ist. Ja, ja, hier ist das, oder? Wir sind lachen daran. Äh. Ja, jetzt wollen wir eine Party. Wenn du jetzt mal reinkommst. Hä? Von irgendeiner Seite? Ja, wie soll man da rankommen? So. Ach, da muss man die Kacke befestigen, ja moin. Komm, Jörs. Oh. Hm. Jörs, komm. Was soll ich machen? Blitzern. Erstmal blitzern. Und dann einsaugen. Ja. Schön gegenhalten. Bam. 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 Und nochmal. Ähm. Bam. Bam. Du musst gegenhalten. Wir haben sie alle. Da kommen wir uns weiter. Das. Oh. Telefon. Telefon. Hallo. Wir wurden nur vom Geist überrascht. Hey, das ist der Hund. Hier geht's weiter. Fauri. Ich mag der Hund schon. Ja, das ist ein lieber Hund. Ist das aber ein Geist, ne? Nein! Das ist aber ein lieber Hund. 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 Der ist gar nicht auf den Kopf geschmettert. Leider. Mmh. Französische Käse. Frisch gereift. Im Mülleimer. Der geht wieder. Ja, das ist der liebe Hund. Den haben wir ihm mitgenommen. Kannst du damit aufhören? Ja, die Säcke. Kann ich nicht rein. Oh nein, guck mal. Dafür ist diese Funktion eigentlich gut. Sonst kannst du versteckte Dinge finden und solche Bilder. Ich leuchte hier nochmal alles ab. Ey, da kommt, los, saug sie ein. Ich gebe einfach nicht damit. Ja, mein. Sicher muss ich da rein. Natürlich. Aber ob ich da rein will, ist die Frage. Oh mein Gott. Ein französisches Dinner? Mach mal die Klosse auf. Mach mal. Mach mal. Joas, wie ist denn was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Geist ist da. Im Zeitungslesen oder was? Ja. Joas, wir haben den Geist beim Zeitungslesen gestört. Suck ihn gerade an. Komm, das ist ein Eisgeist. Lass ihn hierhin kommen. Ich saug hier schon. BAM. 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 Was bringt so ein Eisgeist? Ich hab das das erste Mal sein. Seid ihr, Mann? Let's go. So Leute, ich muss leider jetzt rangequitten. Tut mir leid. Aber man muss Jaws dann gehen. Weil ich in 5 Minuten einbrust werde. So Leute. Das war eine schöne Folge. Herzlich, äh, wenn ihr uns immer wieder heißt. Wenn es wieder heißt. Der Geist lag das mal runter. Oh ja, das muss gehen leider. Tschüss. Drop it. Oh ja, das geht ja. Oh ja. Also Auch beim Überbr evet Chloe! Ja, wir freuen uns nicht. Das war ein Schem наш踝 Rolling켜,